Neuer Tag, neue BVB-News. Heute geht es um Lars Ricken und seine neue Position im Verein, die durchaus überraschend kam, wie ich finde. Ihr könnt eure Meinung mal reinschreiben, was sagt ihr dazu. Ich werde auch erklären, warum ich das eigentlich so, wie es jetzt ist, eigentlich ganz gut finde. Und ja, wir gehen ja natürlich auch alles durch für die Leute, die jetzt das gar nicht mitbekommen haben, was jetzt die letzten 24 Stunden passiert ist. Und ich war selbst sehr überrascht, muss ich sagen. Lars Ricken wird neuer Geschäftsführer Sport in unserem Verein werden. Und ja, also es ist durchaus, wie ich finde, eine Überraschung, weil jetzt viele auf Sebastian Kehl sich festgelegt haben. Und viele sehen jetzt auch einen Rückschlag für Sebastian Kehl darin, dass er jetzt nicht der Geschäftsführer Sport, also der Watzke Nachfolger wird in Zukunft, sondern Lars Ricken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Lars Ricken sogar viel passender, wäre aber gar nicht auf ihn gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und warum werde ich hier gleich so ein bisschen erklären. Wichtig ist auch, dass Sven Mislintar technischer Direktor beim BVB wird und unter wohl Sebastian Kehl arbeiten wird und dann im Scouting-Bereich unterwegs ist und sich darauf konzentriert. Und das finde ich super. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum ist jetzt er mit dieser Position zufrieden? Ich dachte, der wäre jetzt scharf auf dem Posten von Kehl. Hätte jetzt für mich auch nicht unbedingt was Falsches ausgesagt, wenn er jetzt Kehl ersetzt hätte, dann wäre aber für Kehl kein Platz mehr gewesen. Also warum nicht, wenn das so funktioniert, wenn er jetzt sich wirklich auf das konzentriert, was er auch immer gut konnte, das Diamantenauge zu sein und wirklich tolle Spieler für uns rauszusuchen, die passen könnten, die wir uns leisten können und die uns vielleicht auch voranbringen. Und vielleicht auch, wenn man sie dann wieder verkauft oder weiterverkauft, dann auch um Gewinn erlösen, dann hat Sven Mislintar wirklich tolle Leute zu uns geholt und immer ein gutes Auge bewiesen. Und von daher sollte man da auch auf ihn vertrauen und sagen, Mensch, warum nicht? Und Sebastian Kehl ist jetzt noch sehr neu bei uns auf der Position, hat ja Michael Zorc abgelöst vor zwei Jahren und ich empfinde eigentlich auch, dass er das da jetzt gar nicht so schlecht gemacht hat. Er kann jetzt auch nichts dafür, wenn der Trainer vielleicht hier und da sein Veto einlegt bei Spielern, die vielleicht ganz gut gepasst hätten. Ich sage nur Alvarez und Co. Ich fand jetzt auch das, was er jetzt im Winter gemacht hat mit den bescheidenen Mitteln, die wir leider Gottes anscheinend nur zur Verfügung haben, hat er wirklich mit Sancho und Matzen auch Spieler geholt, die qualitativ wirklich eine Verbesserung dargestellt haben. Von daher finde ich das mit Sven Mislintar als technischen Direktor unter Sebastian Kehl als Sportdirektor eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Für die Frage, ist das jetzt gut, Geschäftsführer Sport und Lars Ricken, Lars Ricken ist vier Jahre älter als Sebastian Kehl, ist viel länger im Verein, eine Vereinsikone, hat das entscheidende Tor in der Champions League geschossen. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, Mensch, das ist wieder dieser Stallgeruch, den werden wir einfach nicht los. Aber wenn man auf Stallgeruch setzt und da jetzt wirklich Wert drauf legt, dann finde ich es wichtig, dass wir jemanden haben, der dem Verein wohlgesonnen ist. Der Mann ist in Dortmund geboren, der Mann hat über 300 Spiele für uns gemacht, hat sehr früh seine Karriere beendet und direkt danach auch ein Trainee-Programm bei uns im Verein absolviert, was auch darauf hingezielt hat, in der Verwaltung und in der Geschäftsstelle bestimmte Dinge durchzugehen, die fürs Managementwesen essentiell sind. Und das hat er bereits 2009 dann auch abgeschlossen. Es steht bei Wikipedia, das Programm wurde vorzeitig beendet, als Ricken 2008 als Nachfolger von Edwin Boyk kam, zum Nachwuchskoordinator des BVB berufen wurde. Aber nun gut, ich denke, das ist dann auch, finde ich, ein Zeichen, wenn man einem Lars Ricken da vertraut hat, dass er da vielleicht auch diese Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, in diesem Trainingprogramm dann überspringt und skippt und sagt, okay, wir trauen dir zu, Nachwuchskoordinator zu sein. Und er hat das ja, muss ich ganz ehrlich sagen, seit 2008 auch sehr erfolgreich gemacht. Also das ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit, wenn wir jetzt überlegen, dass es jetzt 16 Jahre im Verein noch in dieser Tätigkeit ist. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und da halt auch viele Erfolge dabei waren. Also die ganzen Jugendteams vom BVB werden regelmäßig Meister und sind sehr erfolgreich. Wir haben viele Talente in der Zeit ausgebildet und vorangebracht. Von daher, denke ich, hat er seinen Job da sehr gut gemacht. Und warum sollte das denn nicht in der Profiebene genauso gut funktionieren mit diesem Background und dieser langen Erfahrung? Und ja, ohne da irgendwelche Querelen und Schwierigkeiten hat er Erfolge geleistet. Und ich finde halt auch die Position des Sportdirektors und des technischen Direktors und des Trainers am Ende wichtiger für den sportlichen Erfolg als die Figur Watzke. Watzke war ein kauziger, gut ausgebildeter Mensch, der uns auch in einer schweren Situation übernommen hat und auch in eine richtige Sphäre geleitet hat. Das muss man ihm immer auch wieder noch positiv hier bemerken und auch gut schreiben. Aber ich denke, dass jetzt mal so ein neuer Ansatz und auch ein kämpferischer Ansatz von einem Lars Ricken vielleicht ganz gut ist, der auch schon mal die Champions League mit Dortmund gewonnen hat, selber als Spieler auch weiß, dass es hier theoretisch möglich ist, auch praktisch umgesetzt wurde und was man theoretisch dafür machen muss, um gewisse Erfolge auch zu haben. Und ich hoffe, dass auch Lars Ricken nicht so ein Duckmauserer gegenüber Bayern München ist wie Watzke. Weil Watzke hat zuletzt halt wirklich einen genervt. Und ich glaube auch, dass Lars Ricken und Edin Terzic da nicht diese Geschichte hier so gehen, dass man jetzt ewig auf Edin Terzic Wert legt, sondern dass man dann vielleicht auch schon ein bisschen kritischer ist, hoffe ich zumindest. Und dann vielleicht auch sich vom Trainer trennt, wenn das jetzt wirklich nicht sich verbessert, die Situation. Und von daher finde ich eigentlich Lars Ricken als Geschäftsführer Sport deutlich besser als ein Sebastian Kehl, der auch meines Erachtens kein Studium in der Betriebswirtschaftslehre gemacht hat. Ich weiß nicht. Es steht jetzt hier bei Wikipedia, steht, dass er seinen Wehrdienst nach seinem Abi absolviert hat und dann studierte er anschließend Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität in Hagen. Da steht jetzt nicht bei Wikipedia, ob er das auch abgeschlossen hat. Das wäre natürlich jetzt auch nochmal wichtig, weil wenn er jetzt auch Betriebswirt ist und das abgeschlossen hat als Diplom damals oder im Bachelor oder im Master, falls es es damals schon gab, ich glaube, da war noch das Diplom, wenn das jetzt wirklich so zu seiner Abi-Zeit war, dann würde ich das halt auch ziemlich gut finden, wenn man halt wirklich dieses abgeschlossene Studium noch hinzunimmt zu diesem Trainee-Programm und diesem langen und erfolgreichen Weg als Nachwuchskoordinator, die er da gegangen ist, über 16 Jahre, dann ist er eigentlich sehr gut und wesentlich besser geeignet für den Job als ein Sebastian Kehl, der erst seit zwei Jahren als Sportdirektor arbeitet und meine ich jetzt nicht, ich gucke jetzt hier nochmal live und in Farbe, ob er hier nochmal irgendein Studium gemacht hat, der hat auch sein Abitur absolviert, ähnlich wie auch oder genauso wie Lars Ricken, aber hier steht jetzt nicht, dass er noch irgendwas Zusätzliches abgeschlossen hat und seit dem 1. März 2021 wurde ja bestätigt, dass Sebastian Kehl 2022 die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor antreten wird und das hat er dann auch gemacht und sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025, soll jetzt bis 2027 verlängert werden und ich denke, dass das so eigentlich eine ganz runde Sache ist. Wie seht ihr das? Wie gesagt, auch mit diesem Vorwissen, dass er zumindest mal Betriebswirtschaftslehre auch angefangen hat zu studieren, wenn nicht sogar vielleicht abgeschlossen, plus dieses Trainee-Programm, was er absolviert hat und dann halt währenddessen entschieden wurde, dass er Nachwuchskoordinator wird und das dann auch sehr gut gemacht hat, dann hat er das Potenzial, um Watzke zu ersetzen, wie ich finde. Und ist ein noch sehr junger, finde ich, der da auch die nächsten 10, 15 Jahre noch locker prägen kann in dem Job. Also warum sollte das nicht funktionieren? Also ich bin jetzt erstmal relativ positiv gestimmt, ich bin ja oft sehr kritisch, aber ich muss sagen, das klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Wie seht ihr das? Bin ich jetzt hier zu unkritisch? Schreibt das gerne auch unten rein, ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da, bis dann und ciao, ciao.